Stancho, Radiator Springs, Nordschleifer. Und jetzt mal mit dem Zeddy raus. Doch wir lassen uns nicht von Eis und Schnee aufhalten. Sprünge, Überschläge, Stunts und Kunststücke. Darauf konzentrieren sich die Teilnehmer bei dieser Stunt-Erbietung. Ich hab gehört, du hast beeindruckende Fahrkünste drauf. Zeig mal. Okay. Auf geht's. Das Rennen beginnt. Das war gar nichts. Das war richtig schlecht. Alle Punkte weg. Mann. Hast du mich erschreckt? Das sah nach einer perfekten Landung aus. Ich fahre wirklich gern. Das war leider auch nix. Oh, da haben wir Klickert. Ja, aber trotzdem... Hier mal, was die Punkte angeht. Sehr weit hinten. Scheiße. Das ist unglaublich. Noch bin ich mit dabei. Auch Autos können fliegen. Puh, scheiße. Bin ich weggedämmert? Das gibt's doch nicht. Das ist doch gar nix. Das ist doch gar nix. Boah, shit. Das ist doch gar nix. Ich bin Chickpix. Du kommst. Du kommst bei Chickpix. Du kommst bei Chickpix. Ich bin komplett verkackt ey. Scheiße. Und ja. Ich fahre mal so. Das ist der Wind. Was liegt hier noch. Boah... So kann ich wohl nicht woher sein. Scheiße. Also, ich glaube, das schreit nach einem dritten Anlauf. So wollte ich ja niemals mehr auf. Nee. Nee. 100 Punkte. Das ist eine perfekte Landung. Guck mal, alles andere hat nicht erst verkackt. Und das, wo ich eben gar nicht hingekriegt habe, hat nicht jetzt hingekriegt. Oh, Autos können fliegen. Oh, wieder auf Wasser und Boden. Bitte sag mir, dass das ein Alptraum ist. Oh, okay. Ich fliege. Ich fliege tatsächlich. Das ist unglaublich. Ach, die Lande war dabei. Rückspiegel machen das Leben doch viel einfacher. Und hier meine Stuhl wieder wohlbehalten am Boden angekauft. Okay. Hä? Ich werde ja nicht so blöd sein und fragen. Da habe ich es irgendwie... Oh, okay. Ich fliege. Ich fliege tatsächlich nicht. Oh, okay. Ich fliege. Ich fliege tatsächlich nicht. Scheiße. Äh. Keine Chance. Die Zeit läuft langsam ab. Äh. Ich bin da so schlecht. Boah. Ja, komm zurück zu Chickspicks. Ich bin da... Achso, direkt nur morgen. Oh, Flick ey. Dritter Anlauf. Jawohl, das war schon mal besser. Ja, wir wollen mal hin. Zwar kennt Bälle mitgeholen, aber... mit der Kugel... Jetzt kommt richtig Bewegung in die Sache! Jawohl, das haben wir erst auch, wenn ich das hinkriege. Zwar nicht überragend, aber... Ja, trotzdem bin ich wieder... im Bild zurück. Turbo? Oh Gott! Das ist mein zweiter Vorname! Jetzt werden die Karten neu gemischt! Oh, das wird aber... Das wird aber auch da... Turbo? Oh ja! Oh, okay! Ich fliege! Ich fliege! Es hat sich... Das ist unglaublich! Gleich ist die Zeit um! Oh! Hast du mich erschreckt? Das ist... Wahnsinn! Oh! 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 Dankeschön! Aha, die Nummer. Ciao! Radiator Springs Verkehrsinfakt Stunt Show. Und... Los geht's! Heute blicken alle auf Radiator Springs. Die ganze Rennsportwelt hofft auf ein paar unvergessliche Szenen hier auf der Strecke. Wenn ihr Sprünge, Überschläge und andere Kunststückchen mögt, seid ihr hier richtig. Denn genau darum geht es bei einer Stuntdamitung. Oh, direkt ein Sprung am Anfang. Scheine mir die Rennstrecke mit einem Talent zum Teil. Fangen wir mal an. Das ist so gut, wie das? Ja, das ist so gut, wie das? Das ist so gut, wie das Klasse. Ganz schön entspannt es hier oben! Absoluter Weltklasse! Wir sind da, Leute! Oh, shit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, shit. 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 Jetzt filmen. Führe den Wind! Hey, hier da unten! Führe den Wind! Führe den Wind! Hey, hier da unten! Wenn ich irgendwas zu tun habe, dann ist es gleich zu Ende! Ich hoffe, ich beeile mich! Das gibt's doch nicht! Hey, ich bin hier um zu spielen! Äh, äh, ja, 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 ja. Ich bin Chick Higgs und das hier ist Chick's Picks! Äh, jetzt, äh, hm, ich lasse ich mich gar nicht hin. Das Rennen wird gehen! Klasse. Genau zwischendurch gesprungen. Unfassbar dumm. Unfassbar dumm. Schwung, schwung, schwung! Wofür, schwung, schwung. Wuhuu! Ha, ha, ha! Hey, da unten! Ganz schön entspannend hier oben! Ooooooh, setzte Mauer! Wenn ich jetzt mal behaupte Gute Stücke besser unterwegs Jetzt nicht perfekt, aber Auf jeden Fall Gute Stücke Gute Stücke Gute Stücke Gute Stücke Gute Stücke Boah! Ich habe 11000b, Ha. Jawoll! Das könnte ja fast schon Stücke wert sein! Super! Super! Der zweite Anlauf hat gut funktioniert! Danke! Und... Ciao!